Legacy Code. Was soll man damit anfangen? Und weil es ja nach dem Mittag ist, ein bisschen relaxed, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Mit ihr? Deine Klavier. iMovie, Supersoftware. Was ist das Problem mit Legacy Code? Das Team hier begleitet uns jetzt ein bisschen im ganzen Vortrag und schauen wir doch mal rein, wie sich so ein typischer Arbeitstag in diesem Team anfühlt. Dieses Video hat leider keinen Ton mehr. So, Scrum Board, ich arbeite mit Scrum und picke sich einen Task. Vorbildlich, er schiebt auch den Task, bevor er etwas macht. Also, meine Definition von Legacy Code ist einfach ein Code, den man nicht versteht. Also im Internet gibt es zum Kursieren ein paar weitere Definitionen, aber für mich, so Legacy Code, egal wo der herkommt, ich bin einfach frustriert, weil ich verstehe nicht, was da im Code abgeht. Das ist nur die eine Seite, denn schauen wir mal, was in der Sprint Review passiert. Man kennt es, man macht irgendwas kaputt. Das ist dann das Gesicht des Product Owners. Wir machen einmal im Jahr einen Legacy Code Workshop und ich habe da die Teilnehmer gebeten, mal aufzuzeichnen, zu visualisieren, was in ihnen abgeht, wenn sie an Legacy Code denken. Das weisst ich selbst erklären, das rechts unten, das ist so ein Product Owner Build Team, kann aber nicht liefern. Es gibt auch sehr viele Konflikte. Ein anderer Teilnehmer hat es dann so dargestellt, so eine Abwärtsspirale. Ja, das ist sehr, sehr negativ. Wenn man es jetzt aus Sicht eines Projektleiters oder aus Sicht des Businesses betrachtet, die sind an neuen Featuren interessiert. Die wollen die Software ja weiterbringen, dass neue Kunden gewonnen werden können oder mindestens, dass die alten Kunden bleiben. Und das Problem mit Legacy Code ist, neue Features einbauen dauert einfach sehr lange, bis man verstanden hat, wo man welche Änderungen machen muss und dann hoffentlich noch so, dass man nicht etwas kaputt macht. Das ist sehr, sehr schwierig, das dauert sehr viel Zeit. Und wenn das so ist, dann sind die Entwickler nicht mehr fähig, dem Projektleiter oder dem Product Owner zu sagen, ja, für dieses Feature brauchen wir so und so lange, weil je nachdem, über was wir da rüber stolpern in der existierenden Software, ist dann vielleicht ein Faktor 10 mehr. Und so kann ich nicht mehr agil arbeiten. Denn wie kann ich mit so einer Software noch schnell auf neue Kundenwünsche reagieren, wenn ich nicht mehr abschätzen kann, was ist der Businessgewinn und was kostet es mich? Also, so ist Agilität nicht mehr möglich. Aber das Team ist ja nicht blöd, es hat eine Idee, wie man es lösen kann. Gefällt dem Product Owner natürlich nicht so. Weil die Idee ist, ich mache einen Big Bang Rewrite. Das heißt, ich schreibe einfach alles neu. Das Problem ist, das hat einerseits ein sehr, sehr hohes Risiko, denn daher weiss ich, dass es nachher wirklich besser ist als jetzt. Sind eben noch die gleichen Entwickler, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, aber... Ich weiss auch nicht, ist dann wirklich die Funktionalität jetzt drin, ist dann auch immer noch drin? Oder wird dann ein bisschen anders berechnet? So, Rechnungen sind da vielleicht doppelt so teuer und nur halb so teuer. Und auf der anderen Seite, das dauert einfach auch extrem lange. Also, wenn man ein Legacy-System, vielleicht 50 Mann Jahre Aufwand drin, das hat man nicht in drei Monaten mit einem Fünf-Mann-Team neu geschrieben. Das dauert sehr lange, das heißt, ich liefere keine neue Funktionalität. Und ob dann meine Kunden noch bleiben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn man diese Risiken tragen kann, ist es natürlich der schnellste Weg, einfach alles neu zu schreiben, um etwas Neues zu haben. Das ist so. Aber aus meiner Sicht sind diese Risiken meist nicht tragbar. Darum, das, was ich euch heute zeigen will, wie kann ich es denn schrittweise umbauen? Vom Legacy-Code hinweg zu Clean-Code, zu Code, den man versteht, den man anpassen kann, mit dem ich eben auf diese schnellen Änderungen auch technisch reagieren kann. Als erstes schauen wir an, wie kann ich denn neue Funktionalität hinzufügen. Weil Product Owner kommt ja jeden Sprint, ich will, ich will, ich will. Und wie kann das Team hier auch wirklich noch etwas umsetzen, auch wenn der Code sehr, sehr schwierig ist. Ich habe hier vier Vorgehen mitgebracht. Just Coded, dann Vorgehen mit Test-Driven Development, mit Acceptance-Test-Driven Development, Acceptance-Test-Driven Development und mit der Methode der Erweiterung. Jetzt muss ich schnell nachfragen. Wer kennt TDD nicht? Das ist sehr gut. Hier wäre eine ganz kurze Ein-Flip-Chart-Seiten-Zusammenfassung. A-TDD, wer kennt das nicht? Das ist genau das Gleiche. Einfach teste ich nicht eine Klasse, sondern eine ganze Funktionalität. Stellt euch genau das Gleiche vor. Gut, beginnen wir mit Just Coded. Also ich gehe hin, ich kodiere einfach rein, was rein muss. Ja, das ist etwa so, wie der ganze Code Müll hier entstanden ist. Aber es ist eine Variante. Das Problem hier ist natürlich, ja, ich muss das manuell testen. Ich habe einfach was rein kodiert. Ich habe damit auch keine automatische Prüfung, ob das, was ich hier gemacht habe, denn auch wirklich funktioniert. Das heisst, ich kann auch sehr schlecht aufräumen. Ich kann sehr schlecht Refactoring betreiben, weil ich muss dann immer wieder einen manuellen Testzyklus hinterher fahren. Und das ist so, wenn ich zwei Methoden ein bisschen Code schreibe, alles manuell testen. Das ist einfach vom Faktor her, der Zeit, den das braucht, völlig unrealistisch. Und das Problem ist auch, ich habe keine Absicherung, dass wenn ich dann in Zukunft noch eine weitere Änderung mache, dass das dann immer noch funktioniert, muss ich wieder manuell prüfen. Und ja, ebenso ist wahrscheinlich der Legacy-Code hier überhaupt entstanden. Das heisst, ich produziere einfach mehr Legacy-Code. Aber wir haben noch eine andere Variante. Zum Beispiel Test-Driven-Development. Das heisst, ich schreibe zuerst einen Test, einen Test, der mir sagt, welches neue Verhalten will ich dann. Und dann schreibe ich den Code in die Klasse rein, sodass dieser Test erfüllt ist. Das heisst, ich habe den Test hier aber auf Klassenstufe. Ganz klein. Eignet sich für ganz kleine Änderungen. Das heisst, ich habe jetzt hier einen automatisch ausführbaren Test. Den kann ich jederzeit ausführen. Den gibt mir innerhalb von einer Sekunde oder noch weniger Feedback, ob das, was ich gemacht habe, gut ist. Das heisst, ich kann jetzt hier diese Klasse refactoren, ich kann die vereinfachen. Auch in Zukunft, in einem halben Jahr noch, habe ich immer noch diesen Test, der mir sicherstellt, dass das, was ich gemacht habe, immer noch funktioniert. Das klingt natürlich nur nach Vorteil, zu dem, was wir vorher hatten. Der Nachteil hier ist, in einem Legacy-System ist es oft nicht ganz so einfach, so eine Klasse überhaupt testbar hinzukriegen. Weil ich habe natürlich Abhängigkeiten zum Rest des Systems. Wenn ich die nicht simulieren kann, wenn ich meinen Code hier nicht vom Rest loslösen kann, kann ich keinen Test schreiben gegen diese Klasse. Das heisst, sehr wahrscheinlich muss ich hier das alte, bestehende System zuerst refactoren, dass ich überhaupt etwas Testbares hinkriege. Das passiert dann typischerweise wieder mit JustCodeIt, mit den vorher genannten Risiken. Nächste Worte ist Acceptance Test-Drived Development. Also, an sich, wie ich es gesagt habe, genau das Gleiche, aber ich teste jetzt hier nicht eine Klasse, sondern ich schreibe einen Test für eine komplette Funktionalität. Zum Beispiel oben ist das UI, unten die Datenbank. Also, ich mache einen Test, wenn ich da Daten eingebe, dann sollten die in die Datenbank gespeichert werden. Auch hier habe ich wieder einen automatisierten Test, den kann ich immer wieder laufen lassen, da gibt mir immer wieder Feedback, ob das, was ich mache, okay ist. Das heisst, ich kann jetzt hier nicht die Klasse refacten, aber ich kann das ganze Feature refacten. Ich weiss, die Funktionalität ist grundsätzlich immer noch da drin, die ist nicht verloren gegangen. Und somit kann ich dann eben auch in Zukunft sicherstellen, dass diese Funktionalität nicht wieder verloren geht. Es gibt ja nichts Nerfigeres, man liefert einen neuen Release aus, der Kunde sagt, ja, aber das geht nicht mehr, das ging vorher. Das kann dann nicht mehr passieren. Nachteil hier, weil ich ja einen sehr grossen Scope habe, was ich teste, kann ich nicht mehr, wie bei einem Unit-Test, sämtliche Pfäde durchlaufen. Das heisst, meine Test-Coverage ist dann, so bei uns ist es typischerweise so um die 60% Line-Coverage. Was wirklich abgedeckt ist, dass alle Entscheidungen hier drin sind, vielleicht etwa 20%, weil sonst gibt es einfach viel zu viele solcher Tests. Ein weiteres Problem ist, im Release-System ist oft sehr mühsam, ich muss hier diese Systemgrenze umbauen, dass ich da überhaupt mit dem Test etwas aufrufen kann. Dass ich überprüfen kann, ja, wurde jetzt das Richtige in die Datenbank gespeichert. Denn typischerweise will ich das nicht mit einer richtigen Datenbank machen, weil diese Tests sind wahnsinnig langsam. Ich muss immer die Datenbank zurücksetzen, sicherstellen, dass die Testdaten richtig sind. Also will ich hier mit einer Simulation arbeiten, oder mit einem Fake-Test-Double-Mock. Das heisst, ich muss hier zuerst mal das überhaupt testbar refactoren. Und das ist oft sehr viel Aufwand. Für die ersten paar Tests. Das nimmt dann mit der Zeit natürlich ab. Vierte Variante. Wir bauen einfach das Neue neben das alte System. Also es ist jetzt nicht ein kompletter Big Bang Rewrite, sondern einfach die neue Funktionalität programmiere ich neben das bestehende System. Das ist natürlich sehr gut. Hier kann ich wirklich voll mit Test-Dream-Development, mit Acceptance-Test-Dream-Development arbeiten. Das heisst, ich habe volle Abdeckung, ich kann alles refactoren, weil ich habe das Sicherheitsnetz durch die Tests. Ich weiss, dass in Zukunft, auch wenn ich etwas umbaue, das bleibt da, das geht nicht mehr kaputt. Aber, Nachteil hier, ich habe hier natürlich diese Interaktionspunkte mit dem alten System. Ich sage denen mal Extension Points. Und das Hauptproblem ist da, die zu finden. Und vor allem alle zu finden. Weil Legacy Code bedeutet ja meistens auch, es ist ziemlich viel Duplikation da. Und wenn ich jetzt an einem Ort die neue Funktion einbaue, sollte ich schauen, dass es eben überall reinkommt, wo es benötigt wird. Und diese Extension Points, die muss ich dann meistens einfach wieder reinkodieren. So, das sind diese vier Varianten. Da stellt sich die Frage, wann nehme ich natürlich welche? Und ich habe mir überlegt, was sind denn die Einflussfaktoren, damit ich entscheiden kann, welche Variante ich nehme. Und der erste für mich ist die Vision eures Projekts. Wenn ihr agil arbeitet, habt ihr hoffentlich eine Vision. Ich frage jetzt nicht nach. Weil die Vision brauche ich, um abschätzen zu können, wo im Code erwarte ich viel Änderung und wo im Code erwarte ich nahezu keine Änderung. Der zweite Faktor ist Risiko. Es gibt Code-Stellen, die sind sehr risikoreich. Da macht man ganz einfach einen Fehler. Oder wenn ich da einen Fehler drin habe, dann werden die Rechnungen falsch geschrieben und ich verliere real Geld. Und es gibt Code, ja, da ist der Button vielleicht falsch angehängt. Dann beklagt sich vielleicht ein Benutzer, aber es ist nicht so schlimm. Also auch das kann mir helfen, zu unterscheiden. Und das dritte ist auch, ich muss schauen, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt. Habe ich Zeit, etwas richtig gut zu machen oder muss ich halt trotzdem noch so ein bisschen Abkürzung nehmen. Wenn ich das in Eigenschaften des Codes übersetze, ist die Vision ist für mich, wo muss ich ganz wartbaren Code schreiben und wo ist es für mich okay, dass es nicht so wartbar ist, weil dort sowieso nicht viel passiert. Risiko übersetze ich mit, wie einfach ist es, die Korrektheit des Codes zu überprüfen. Also wo muss ich wirklich automatisierte Tests schreiben können, dass ich immer wieder laufen lassen kann. Und wo ist es okay, wenn ich das zwei Monate mal von Hand teste. Und das dritte ist einfach Geschwindigkeit. Also wie schnell kann ich das entwickeln? Also mit dieser Methode entwickeln. Und wenn wir uns das anschauen für diese vier Varianten, dann ist es so, Just Code It, schlechte Wahrbarkeit, das hat uns ja wahrscheinlich hier hingebracht, Korrektheit von Handprüfen, dauert lange, schlechte Feedback-Cycle. Es ist aber wahnsinnig schnell. Das ist auch der Grund, warum man es so gerne macht. Und die Projektleiter das so gerne haben. Einfach ein F rein, klatschen und dann ist die Funktion nicht drin. Mit TD, das ist Schreiber-Tests für Units, also für Klassen, da ist die Wahrbarkeit ein bisschen grösser, weil ich kann jetzt immerhin die Klasse aufräumen, ich kann da drin mich bewegen, ich habe ein Sicherheitsnetz. Damit habe ich auch ein bisschen eine höhere Korrektheit. Aus dem ganzen System habe ich ein klein bisschen Korrektheit geprüft. Es ist ein bisschen langsamer. Jetzt versteht mich hier nicht falsch, es ist nicht langsamer, weil ihr nur einen Test schreiben müsst. Weil Test schreiben geht extrem schnell. Das Problem ist, überhaupt ein System zu haben, in dem Tests möglich sind, in dem ich die Klassen instanzieren kann. Das zu Beginn, wenn man wirklich ein krasses Legersystem hat und mit Unit-Tests beginnt, ist das sehr aufwendig. Wenn das mal in welchem gemacht wurde, dann ist das viel schneller. ATDD, hier ist die Wahrbarkeit noch ein bisschen grösser, weil ich habe jetzt wirklich ein ganzes Feature abgedeckt. Die Korrektheit ist aber etwa gleich gut, wie bei TDD, weil ich eben nicht mehr alle Pferde überprüfen kann. Ich muss mich entscheiden, für die wichtigen Szenarien. Und es ist noch einmal ein bisschen langsamer, weil dann wirklich das Gesamtsystem testbar sein muss. Zuletzt, die Erweiterung ist aus Wartbares Sicht, zumindest für den neuen Teil, natürlich sehr gut. Für die Extension Points im alten System ist das meistens von der Wartbarkeit immer noch sehr schwierig. Ich kann aber wirklich ganze Teile meines Systems komplett mit Tests abdecken und habe so ziemlich gute Korrektheit. Wieder die Extension Points im alten System bleiben Fragezeichen. Allerdings, die Geschwindigkeit ist noch tiefer, wiederum nicht, weil ich lange habe, um das Neue zu schreiben, sondern sicherzustellen, dass die Extension Points am richtigen Ort sind und dass dort kein Fehler drin steckt. Das ist sehr, sehr aufwendig. So, schauen wir noch einmal bei unserem Team vorbei, weil die haben jetzt das alles beherzigt und die machen all das und die sind gerade in einer Retrospektive. Gute Frage. Also, wir machen das alles. Wir fügen neue Funktionalitäten nur noch mit Tests hinzu, aber sie werden trotzdem immer, immer langsamer. Das ist meine Erfahrung, weil ich habe zwar einen schönen, neuen Code, aber der alte wird immer schlimmer, weil damit der schöne, neue Code möglich ist, muss ich im alten Code noch ein paar Verbrechen mehr anbauen. Damit ich es testbar hinkriege, zum Beispiel. Pseudoabstraktionen oder irgendwelche Layers, die ich da noch dazwischen hängen muss. Wird noch schlimmer. Darum, nicht nur neue Funktionalität, schön und gut einführen, wir müssen auch den bestehenden Code aufräumen. Wie mache ich das? Hier systematisch ein System, also oben so User Interface und eine wieder Datenbank. Wenn wir da mal reinschauen, dann gehe ich hin und ich identifiziere Funktionalität, Features. Das sind diese blauen Linien. Nun, leider, in einem Längersystem ist es oft so, dass diese nicht so schön isoliert voneinander sind, sondern die überlappen sich. Da werden Klassen von mehreren Features verwendet, idealerweise auf unterschiedliche Art und Weise. Und im Echt sieht es dann eher so ein bisschen nach Spaghetti aus. Und was mache ich denn jetzt da? Ich priorisiere. Wie wir das immer machen, im agilen Vorgehen. Das heisst, ich wähle mir hier ein Feature aus, das ist für mich zum Beispiel das risikoreichste, dass da wirklich sehr schnell was schief geht, oder es ist das Feature, das wir jetzt in den nächsten paar Sprints wirklich massiv umbauen müssen oder erweitern müssen, picke ich mir ein Feature aus. Dann gehe ich hin und mache dieses Feature testbar. Das heisst, ich refaktere die Systemschnittstelle, dass ich wirklich wie im Unit-Test einfach mit grossem Scope schreiben kann, ohne dass ich ein ganzes System hochfahren muss, Datenbank initialisieren. Nein, ich will das alles in Memory ausprobieren können. So habe ich einen Test, der in einer Sekunde oder noch weniger durchläuft. Dann schreibe ich diesen Test. Das ist mein Akzeptanz-Test. Dann gehe ich hin und identifiziere Komponenten, welche im Zusammenspiel diese Funktionalität ermöglichen. Also hier im Beispiel habe ich jetzt hier drei Komponenten, die werden durchlaufen, um dieses rote Feature zu ermöglichen. Nächster Schritt. Ich refaktere die Interfaces zwischen diesen Komponenten. Weil im Legacy-System sind es meistens zwar so virtuelle Komponenten, die man irgendwie identifizieren kann, aber es ist nicht wirklich ein stark kohäsives System, dass die Klassen ganz nah beieinander sind, mit einem ganz klaren Interface nach aussen. Das heisst, ich muss jetzt hier zuerst mal ein Refactoring betreiben und ich habe jetzt zum Glück einen Acceptance-Test, der mir sagt, ob das Feature noch funktioniert. Das heisst, ich kann hier auch ziemlich starke, grosse Refactorings betreiben. Dann, wenn ich Interfaces habe, ist es wieder einfach einen Test zu schreiben. Ich schreibe einen Komponenten-Test und dann geht es darin, die Komponente zu verbessern. Da habe ich drei Varianten. Der erste ist, ich refaktere. Das heisst, ich nehme das, was ich habe und Schritt für Schritt verbessere ich das zu einem Design, das einfacher ist oder einfach erwartbar oder einfach nur viel verständlicher und genau, habe ich gezeigt. Und das mache ich natürlich in dem, dass ich dann, wenn ich fast den Refactor, eine neue Klasse identifiziere, dann mache ich das auch gleich mit TDD. Weil dann habe ich gleich die Tests und habe dann nicht wieder die Probleme, die ich mir ja hier schon aufgehasst habe. Und ein Riesenvorteil ist, wenn ich so arbeite, es geht normalerweise keine Funktionalität verloren. Weil hier wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten, also nur mal meine Methode umbenennen, aus zwei Methoden drei machen, Interface ändern, ganz kleine Schritte, da geht sehr wahrscheinlich nichts verloren. Das ist bei der zweiten Methode, beim Reengineering, ich schreibe die Komponente neu, ganz anders. Hier kann wirklich Funktionalität verloren gehen, weil man sich nicht erinnern konnte, das jemals eingebaut zu haben. Vor zehn Jahren oder so. Also, wenn man so schrittweise das Vorgehen ist nicht möglich, dann schreibe ich es halt neu. Ich habe jetzt immerhin schon einen Acceptance-Test für das, was ich jetzt bauen muss. Und dann überlege ich mir ein Klassendesign und arbeite diese Klassen mit Test-Driven-Development aus. Ich kann meine Schrift hier vorne nicht lesen. Das Risiko ist, Funktionalität geht verloren. Kann aber eben sinnvoll sein, wenn ein Refactoring einfach unendlich lange dauern würde, weil es so falsch ist, was da drin steht, dass ich sage, okay, ich nehme das Risiko in Kauf, weil ich viel schneller bin mit einem Reengineering. Dritte Variante, ich behalte die Komponente einfach, weil, ja, da werden wir wahrscheinlich nichts ändern oder es ist nicht ganz so schlimm, es gibt viel schlimmere Baustellen. Dann nehmen wir sie einfach noch in einen Cleanup-Backlog auf, dass wir nicht vergessen, da wäre dann noch eine Baustelle, die nicht so ist, wie wir sie gern hätten. Das ist grundsätzlich das Vorgehen und für die, die vorne sitzen, das ist auch auf dem einem Cheat-Sheet drauf. Das ist der Elf-Schritte-Plan in acht Schritten oder so. Genau. Ich habe hier aber noch ein paar Tipps und Tricks mitgebracht. Oft ist es so, dass man ein Legacy-System hat, das einem schon extrem hilft, wenn man nur schon mal die Klassen ein bisschen anders anordnet. Also ich ändere keinen Code, ich ändere nur die Namespaces der Klassen. Das heißt, ich habe so ein Durcheinander und oft, wenn ich da ein bisschen aufräume, gewisse Behälter schaffe oder Namespaces, dann wird das schon sehr, sehr viel übersichtlicher. Dafür gibt es auch sehr gute Tools. Ich habe hier als Beispiel Structure 101 Studio. Das Vorteil des Tools ist, ich kann hier Code analysieren, dann zeigt er mir hier die Abhängigkeiten. Es ist immer so, was oben ist, hat Abhängigkeit auf das, was unten ist. Und dann haben wir hier noch so ein paar Pfeile von unten nach oben, das heißt, ich habe hier Zyklen. Und Zyklen sind Gift für Wartbarkeit. Weil wenn ich einen Zyklus habe, wo beginne ich denn, was zu ändern? Weil ich dann einmal rundherum gehe, das kann ich, alles, was in diesem Zyklus drin ist, muss ich dann auf sie sich anpassen, das wird unglaublich kompliziert. Dagegen, wenn ich den gerichteten Graphen habe, dann weiss ich, ich kann oben oder unten beginnen und dann habe ich ganz klar im Überblick, was sich ändert. Also wenn ich oben was ändere, den Rest des Programms, den muss ich nicht anfassen. Wenn ich unten was ändere, hat das Impact möglicherweise auf alles. Und bei einer Zyklung hat es immer alles auf alles Einfluss. Und mit diesem Tool kann ich dann eben in einer Sandbox mal herumspielen, wie es dann vielleicht besser wäre. das ist so ein Beispiel, das wir im Workshop verwenden und jetzt hier kann ich mal so ein paar Klassen rausnehmen, jetzt habe ich immerhin keine Zyklen mehr. Und jetzt kann ich natürlich dann sagen, ja, aber ich kann hier neue Namespaces erschaffen und kann so gruppieren, dass ich immerhin im Groben mal verstehe, was überhaupt in dieser Software alles drin ist. Und das Coole ist eben, ich kann es in einer Sandbox machen, ich muss nicht Code verändern, das heisst, ich bin viel schneller, ich kann einfach mal was ausprobieren, wieder fortwerfen, sehr praktisch, diese Tools. Also hier oben sieht man auch noch, ein Diagramm ist, nach oben ist, wie viele Zyklen habe ich und nach rechts ist, wenn es so ganz fette, grosse Namespaces und Klassen sind. Das Beispiel ist jetzt nicht ganz links, weil es nur ein Beispiel ist. Aber solche Tools helfen ja enorm beim Aufräumen. Zweiter Tipp, ich nenne das die demilitarisierte Zone, dass wenn ihr hier eine Komponente habt, diese schwarze Box, dann wird die ja von irgendwoher aufgerufen und ruft irgendwas anderes auf und ich durchlaufe diese Komponente auf irgendeinem Ausführungspfad. Dann gehe ich hin und überlege mir, welches Interface hätte ich denn gerne, wie ich aufgerufen, also wie möchte ich aufgerufen werden und welches Interface wäre praktisch für mich, um den Rest der Welt aufzurufen. Das ist dann diese grüne Box. Dann gehe ich hin, ich programmiere Adapter, also vom Interface, wie es wirklich ist, zum Interface, wie ich gerne aufgerufen werden möchte und ebenso vom Interface, wie ich den Rest der Welt aufrufen will, zu wie es in der Realität ist. Mache ich einen Adapter. Das heisst, ich baue mir so meine schöne grüne Welt. Und wenn ich da noch was drin habe, das zwar in diese Komponente reingehört, aber das möchte ich nicht anfassen, dann schiebe ich es einfach in diese demilitarisierte Zone raus, definiere ein Interface, wie ich das vernünftig aufrufen kann, ich abstrahiere das weg. Dann habe ich immerhin so meine kleine Insel, die schön ist und verständlich. Dritter Tipp, macht flach Hierarchien. Ich sehe immer sehr häufig, dass es so Ableitungsmonster gibt. Wir bringen hier 20 Stufen abgeleitet. Oder auch das andere, Train Racks. Also jemand ruft jemanden auf, der jemanden aufruft, der jemanden aufruft, der jemanden aufruft, der jemanden, der was macht. Über 20 Aufrufe hinweg. Und für Legacy-Systeme empfehle ich, da hinzugehen. Das ist jetzt nicht das perfekte Design, wenn man ein Grün-Wiesen-Projekt hat. Aber in Legacy-Systemen hilft es sehr oft, dass ich grundsätzlich unterscheide zwischen Koordinatoren, das ist eine Klasse, die macht nach dem Durchlauf, ruft die erste Klasse auf, kriegt einen Return-Wert, macht mit dem Aufruf auf die zweite Klasse. Das koordiniert nur zusammen. Idealerweise ist in diesen Klassen kein If und Nix, einfach nur Durchlauf. Und sogenannte Worker, also die berechnen etwas, oder die holen Daten aus der Datenbank, die machen die Arbeit. Wirklich eine ganz krasse Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen. dann weiss man immerhin, welche Aufgabe diese Klasse übernehmen muss. Weitere Tipps, ein ganz einfacher, aber der kann enorm viel zur Verständlichkeit beitragen. Beispiel, sehe ich immer wieder, Methode, hol mir mal einen Pfad, gib einen String zurück. Ja, ist das ein absoluter Pfad, ein relativer Pfad, ein Pfad, in dem Prozent, Ten-Prozent drinstehen darf? Darf der auch ungültig sein oder nicht? Keine Ahnung. Das Gleiche ist, ja, lad mal Daten, ich gebe dir eine ID, ein String, darf das null sein? Und hier, einfacher Trick, führt einfach konkrete Typen ein für das. Also, in meinem Projekt gibt es eine Klasse Absolute File Path, ist intern natürlich nichts anderes als ein String, aber es steht jetzt immerhin hier im Code. Also, wenn ich über diese Codezeile stolper weise, aha, hier sollte ein absoluter Pfad zurückgegeben werden und die Klasse ist dann auch noch so intelligent, dass sie versucht herauszufinden, ob es wirklich ein absoluter Pfad ist. Also, schaut zum Beispiel, ist vorne Laufwerksbezeichner drin oder nicht. Das Gleiche hier bei Data, mache ich eine Klasse Data ID, einfach so als Wrapper für einen String. Hat den Vorteil, dass ich dann auch einen absoluten File Path nicht einer Data ID zuweisen kann, in einer typisierten Sprache. Zumindest. So ein ganz kleiner Trick, ist ganz einfach zu machen, hilft aber enorm. Jetzt ein bisschen Anspruchs vor. Ich habe hier irgendwelche Klassen, habe hier herausgefunden, das ist irgendwie so eine Komponente, die machen zusammen irgend so eine Teil-Funktionalität. Und ich sehe, es gibt eine Funktionalität, die durchläuft, diese Komponente, so in diesem dunklenblauen Weg. Und dummerweise gibt es dann so ein anderes Feature, das läuft diese Komponente in diesem türkisen Pfad. Jetzt habe ich Klassen, die sind genau gleich verwendet. Das ist der schöne Fall. Es gibt Klassen, die werden nur vom einen oder vom anderen Feature verwendet. Das ist ein bisschen eine komische Komponente. Und da gibt es noch den schönen, ganz schönen Fall, gleiche Klasse, die von verschiedenen Features unterschiedlich verwendet werden. Zum Beispiel, es gibt andere Public-Methoden, die aufgerufen werden. Es sind die Ideen, dass das eine schlecht designte Klasse ist. Wenn ihr jetzt sowas habt und sowas aufräumen wollt, gibt es zwei Wege. Ihr schreibt einfach für alle möglichen Szenarien, durch das durchlaufen werden kann, Tests. Das heißt, ich gehe hin, ich schreibe einen Test für das dunkelblaue Szenario und dann für das türkise Szenario. Und dann kann ich aufräumen, weil ich jetzt immerhin akzeptanztestmässig sichergestellt habe, dass diese Funktionärität da drin bleibt. Wenn das ganz wenige Features sind, also jetzt wie E2, das ist ein OK-Weg, geht gut. Aber oft ist es so, das sind dann vielleicht 10, 20 Features, die dann durch so eine Kernkomponente durchgehen. Und dann schreibe ich da mal eine ganze Weile lang nur Tests. Und das Aufräumen ist dann trotzdem nicht viel einfacher. Darum, in solchen Fällen kann es helfen, mit Duplikation zu arbeiten. Jetzt Duplikation, ja, in dem man sagt, nein, keine Duplikation, alles an einem Ort. Ja, in Legacy-Systemen kann es aber extrem hilfreich sein, temporär, temporär kann auch ein Jahr oder zwei sein, Duplikation einzuführen. Also die Welt ist leider nicht perfekt, vor allem nicht, wenn Legacy-Code im Spiel ist. Oft ist das immerhin eine kleine Verbesserung. Wie funktioniert es? Ich habe hier wieder meine Komponente. Das heisst, ich identifiziere jetzt die Klassen, die wirklich von diesem dunkelblauen Feature durchlaufen werden und ich dupliziere die. Zum Beispiel in einem anderen Namespace. Aber nur die. Und dann schreibe ich da einen Test rundherum und kann dann dieses vereinfachte System aufräumen. Ich habe dann später immer noch die Möglichkeit zu schauen, wie kann ich jetzt dieses Türkise-Feature da rüber zügeln oder lasse ich es sein oder dupliziere ich noch ein drittes Mal. Also ich habe dann ein bisschen Spielmöglichkeiten, wie ich da umgehen kann. Ein weiterer Vorteil ist hier, ich habe dann wirklich einen Ort, ich weiss nicht, da ist es schön und aufgeräumt und hier ist halt noch Baustelle. Das ist so wieder das, was ich euch empfehlen kann. Versucht, klar zu trennen, welches ist aufgeräumter, schöner Code, den wir jetzt neu schreiben, verglichen zu, da ist noch Baustelle. Also dieses Legacy mehr da rundherum und mit der Zeit über die Jahre hinweg sollte dann etwas so aussehen, dass diese Clean-Code-Insel natürlich immer grösser und grösser wird. Legacy-Code wird man typischerweise nie ganz los, weil es sich dann auch nicht mehr lohnt, alles umzubauen, aber doch dort, wo man immer täglich darin arbeitet, sollte dann aufgeräumter, einfach verständlicher Code sein. Bei uns gut zu tun, in den grauen oben, da darf ich auch mal noch ein Verbrechen mehr reinbauen. Also wir können trennen das ganz klar. Schlussfolgerung. Also ich bin leider in einem Legacy-Projekt seit fünf Jahren. Legacy-Code ist noch nicht komplett eliminiert, aber zu einem grossen Teil. Und wir haben uns eben für den Weg entschieden, keinen Big Bang zu machen, sondern wirklich Teile abzulösen. Manchmal sind die Teile sehr klein, manchmal sind sie auch recht gross, eine komplette, also das ganze Produktfamilie, dass man ein einzelnes Produktbaustein komplett ersetzt, gab es auch, aber es war nie alles oder nichts. Und so mit diesem Vorgehen, das ich euch vorgestellt habe, kann ich wirklich so Schritt für Schritt mit kontinuierlich Verbesserung hinkriegen und der Vorteil ist, ich habe eben immer ein lauffähiges System. Also ich bin agil, ich kann jeden Tag ausliefern. Weil ich habe eine kleine Verbesserung gemacht, aber ich kann wieder ausliefern, weil alle Funktionalität ist noch drin und alles funktioniert. Ich habe nicht, ja in sechs Monaten kommt dann vielleicht mal ein Ablöser-Release. Das ist für mich nicht agil. Und bei den neuen Featuren, wenn man so vorgeht, mit der Zeit, kann man schneller und schneller Funktionalität einbauen. Man hat immer ein grösseres und grösseres Sicherheitsnetz. Es wird auch immer einfacher, Tests einzubauen, weil schon mehr Tests da sind. Das merkt man wirklich, dass es von Monat zu Monat einfacher und schneller geht. Der grosse Vorteil, das was ich dann so gebaut habe, das geht nicht mehr kaputt. Schauen wir nochmal beim Team vorbei. Das ist wirklich so, mit der Zeit stellt sich ein gutes Gefühl ein, weil man wirklich das Gefühl hat, man kommt wieder vorwärts und muss sich nicht immer nur um Vergangenheit kümmern. Und es ist wie ein kleiner Bonsai, es funktioniert nur, wenn man dann jeden Tag ein bisschen hegt und pflegt. Und genau dasselbe sollten wir in unserer Software tun, denn nur so ist es möglich, dass die auch noch jahrelang für uns Geld verdient, wenn wir wirklich jeden Tag ein bisschen Zeit investieren, diese Software aufzuräumen und zu vereinfachen. Dann muss ich noch ein bisschen Werbung machen. Wer das ein spannendes Thema findet und denkt, ich sei kompetent, der darf gerne zu mir in einem zweitaugigen Workshop zu diesem Thema kommen und noch viel vertiefter in die Thematik einsteigen. Damit ihr mich findet, hier noch ein paar Infos zu mir. Vielleicht am Rande, mein Open-Source-Projekt, Accelerate. Wer abschauen will, wie man in .NET Acceptance-Test und Unit-Test schreiben soll, ist ein gutes Beispiel. Das wäre es von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte ich euch nachher nach vorne zu kommen, damit die, die unbedingt in den Kaffee wollen, weil es jetzt immer Kaffee gibt, dann schon mal rausgehen dürfen.